Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute ist wieder Jogging angesagt. Eigentlich wollte ich heute Boxtraining machen. Mal wieder Bock dazu. Aber leider muss das ausfallen. Und ich muss umdisponieren. Warum? Das erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, eigentlich war heute Boxtraining angesagt für mich. Jetzt sind wir Pferde, guck mal. Reiten kann ich nicht, keine Angst. Boxtraining war angesagt. Aber leider war ich am Wochenende auf einer Party. Auf einer wilden Party. Und hab dummerweise Pogo getanzt. Und bin so auf die Fresse gefallen, dass ich mir dabei die Schulter weh getan hab. Das tut weh wie die Hölle, wenn ich schlafe. So geht's. Alles kein Problem beim Laufen. Wenn ich drauf liege oder irgend so was. Oder mich da mit betätige mit dem Arm. Kacke. Irgendwas überdehnt oder so. Weiß nicht so genau. Ja, Pogo-Tanz in meinem Alter ist natürlich sehr vernünftig. Ja, jetzt lauf ich mal. Gucken wie weit ich heute komme. Äh, geplant sind zehn Kilometer. Und dann ist gut für heute. Dann hab ich meinen Soll für heute erfüllt. Und ich kann wieder zurück auf die Couch. Bin knapp über fünf Kilometer. Meine Pogo-Schulter hält. Ich merk zum Glück nichts beim Laufen. Nur wenn ich mich abstützen sollte oder sowas. Liegestütze und sowas ist natürlich nicht drin heute. Aber laufen geht. Die Bewegung tut schon ein bisschen weh. Aber ansonsten geht's. Ich will ja hier nicht mi mi mi. Hashtag mi mi mi. Ja, ich lauf mal weiter. Läuft gut heute. Gute Beine. Zehn Minimum. Dann sehen wir weiter. Oh Mann. Vor lauter Musik hab ich vergessen zu filmen mit zwischendurch mal. Ich bin mittlerweile schon bei elf Kilometern. Mehr als ich geplant hatte. Und äh, es läuft super heute. Trotzdem werde ich nicht soo wahnsinnig viel machen. Äh, weil ich meine Knochen schonen will und muss. Ich bin ja schon ein paar Lenz alt. Das geht nicht einfach so. Das Ganze. Ich kann nicht jeden Tag 18 Kilometer laufen oder sowas. Das geht nicht. Deswegen heute mal gucken. Ich bin jetzt bei elf. Ein bisschen mach ich noch. Und dann melde ich mich gleich. Zwölf Kilometer hab ich jetzt gemacht. Das reicht für heute. Alles cool. Mein Sport für heute gemacht. Und jetzt bist du dran. Du da am Bildschirm. Am Handy. Am Tablet. Schuhe an. Los. Runter von der Couch. Mach Sport. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.